hey leute cool dass ihr wieder dabei seid es soll wieder einen ganz schnellen tipp geben von uns wir haben eine neue rubrik aufgemacht und die heißt urlaubsfotos schnell verbessern wobei das in diesem fall nicht ganz stimmt weil das foto was in dem fall ralf lüders gemacht hat finde ich eigentlich schon richtig cool verbessern ist falsch vielleicht sagt man verändern also wollen euch mal ein paar kleine hacks zeigen wie man urlaubsfotos noch ein bisschen mehr aufpeppen kann wenn man nicht so viel zeit auf photoshop verbringen will also ist gar kein so neuer tipps eigentlich schon ziemlich ziemlich alt ich zeige euch mal was ich meine wir waren im foto camp und der ralf hat dieses foto hier gemacht in der fußgängerzone von lissabon sehr cool wie ich finde so ein kleines café wo es diese kleinen leckeren törtchen auch gibt eigentlich kann man das foto so stehen lassen das ist total cool und gut darum ist das wort verbessern falsch aber wir sehen hier an der seite dass diese schilder eigentlich beleuchtet sind und weil wir mittags da waren fällt das natürlich hier gar nicht so richtig auf und es gibt eine ganz einfache möglichkeit wie man da ein bisschen mehr feuer reinbringen kann wie machen wir das das machen wir indem wir erstmal hier unten aufs plus klicken und eine neue ebene erstellen dann gehen wir hier hinten rüber und wir suchen uns das füllwerkzeug und bei vordergrundfarbe schwarz klicken wir das füllwerkzeug an gehen aufs bild und klicken einmal so jetzt ist es ganz dunkel wir ändern nun den füllmodus oder den ebenen modus hier auf farbig abwedeln jetzt ist das bild wieder zu sehen was wir nun machen ist wir gehen in eine farbfeldtabelle wenn wir die nicht hier oben schon fest sitzen haben dann gehen wir auf fenster und dann suchen wir farbfelder und werden die hier angeklickt und da gibt es ganz viele verschiedene voreingestellt und hier können uns mal eine farbe aussuchen die vom farbton hier so reinpasst ich würde diese glaube ich nehmen hier die ist in meinem fall im ordner hell jetzt wählen wir uns einen pinsel aus und machen den fluss mal ganz weit runter ich habe so acht prozent genommen können lieber mehrmals drüber malen und was wir jetzt machen ist wir gehen über das feld was wir aufhellen wollen oder zum leuchten bringen wollen und malen da mal rüber einmal zweimal dreimal reicht vielleicht schon ich finde diese pinsel spitze in dem fall auch gut weil dann ist es wirklich in der mitte richtig hell und nach außen wird es ein bisschen dunkler ich würde den pinsel hier glaube ich ein bisschen größer wählen und ich mal hier auch mal ein bisschen rum wie es mir gefällt ganz cool ich mache den pinsel hier mal wieder ein bisschen kleiner und mal hier auch ein bisschen rum und für mich sieht es jetzt schon so aus als wenn diese lampen hier an sind und wir können eigentlich auch hier hinten mal so ein bisschen licht hinmalen machen wir ganz vorsichtig also mit fluss so bei zwischen fünf und zehn prozent wenn man da ganz vorsichtig mal dann erzielt man echt gute effekte ich mache jetzt noch weiter ich mache jetzt mal auf alles was irgendwie auch so gold ist also nur kurz drüber hier ein bisschen das war ein tick zu viel ich bin ja mit steuerung z noch mal zurück aber da gehe ich mal rüber hier gehe ich mal rüber da gehe ich darüber über das peter gehe ich einmal rüber nur so ganz kurz einmal klick über die 195 197 vielleicht auch über den schriftzug ihr seht da kommt schon gleich so ein bisschen raus dieses peter da ein bisschen ich kann den pinsel noch mal ein bisschen kleiner machen gehe vielleicht noch mal über dieses holz rüber einfach ein strich einmal ziehen noch mal ein strich ziehen hier vielleicht noch mal ein bisschen und da noch ein bisschen also da kann ja jeder um spielen wie er möchte noch mal das bild war vorher schon fertig und richtig gut es ist jetzt anders so will ich mal sagen wir schauen mal nachher sowas vorher so ist es hinterher sowas vorher so ist es hinterher also ein ganz schneller heck ganz einfach zu machen wenn man irgendwo ein bisschen licht oder farbe hinmalen möchte wenn man irgendwas zum strahlen bringen will also wie sagen wir immer so schön wir freuen uns immer darüber wenn man den fotos noch so ein bisschen glanz aufsetzen kann also das war ein super schneller einfacher tipp bis zum nächsten mal euer friday ciao